Wir sind in Langenlonsheim an der Nahe. Hier befindet sich der Stammsitz und das Mutterhaus eines der größten Messebauer. MAC realisiert mit mehreren hundert Mitarbeitern etwa 3000 Projekte im Jahr und jedes von ihnen wird ein Erfolg. Wir sind auf der ganzen Welt zu Hause, aber in Langenlonsheim und Bad Langen-Salza haben wir unsere Handwerkerstädte. Die Beschaulichkeit trügt, denn es ist immer ein Wettlauf mit der Zeit. Internationalität und MAC hängt ganz, ganz eng zusammen. Wir haben uns auf die Anforderungen der Kunden in den letzten zehn Jahren in Bezug auf Internationalität sehr, sehr stark eingestellt. Die Herausforderung dabei ist, dass wir den Spagat zwischen den Kulturen bekommen und wir so ein Stück weit auch Transformator sind. Das heißt, die Erwartungen unserer Kunden transformieren in die Leistungsfähigkeit unseres Partnernetzwerkes. Und wir realisieren mittlerweile auf allen fünf Kontinenten dieser Welt Messestände für unsere Kunden und das mit einer ganz, ganz großen Passion. Das macht uns riesige Freude, das zu tun. Und dabei werden immer wieder Dinge realisiert, die es vorher nie gegeben hat. Der Kundenwunsch muss jedes Mal neu in einen Impuls umgewandelt werden, den der Vertrieb aufgenommen hat. Im Teamwork wird dieser dann durch alle Gewerke getragen. Jedes Projekt wird zum Unikat. Unsere Designer greifen Formen, Farben und Feinheiten der Markenwert des Kunden auf. Anhand dieser Elemente entwickeln wir im Teamwork einen Designstandard. So stellen wir sicher, dass die komplette Bandbreite des Kunden dargestellt wird. Die Kalkulation und Konstruktion besteht zurzeit aus neun Mitarbeitern. Da gibt es einmal einen Kollegen, der für die Lichttechnik verantwortlich ist, einen Metallbaumeister, der den Metalleinkauf im Hause macht. Und die anderen Kollegen kommen alle aus dem Holz- und Scheinergewerk, Meister, Ingenieure oder Techniker, die dann halt die Basis. Wenn man Teppichboden, kann man relativ einfach Länge mal Breite ermitteln. Wenn es aber darum geht, eine Vitrine oder einen Schrank zu bauen, müssen halt Zeiten ermittelt werden. Und diese Zeiten sind halt nur ermittelbar, wenn man weiß, wie es geht. Das heißt, wir haben auch mit der ersten Kalkulation die erste Konstruktion im Kopf oder Handskribbelt schon mal vorbereitet. Das Schöne in der Projekttechnik ist, dass wir ein großes Team sind, dass man sich einfach gegenseitig hilft. So haben wir viele Möglichkeiten, einfach selbst die exotischen Fragen, die bei uns auf uns zukommen, ob das sind hängende Blumengärten oder sowas, einfach zu realisieren und uns dann eine technische Lösung zu überlegen, wie kann ich das machen. So gibt es einfach immer wieder Herausforderungen im Messebau, die auch den Messebau spannend machen, wo man bisher noch nie wusste, dass es das überhaupt gibt oder wie man das überhaupt macht. Das Lager ist bei MAC das Bindeglied zwischen den Werkstätten und der Montage. Über 40 Mitarbeiter sorgen für die pünktliche Konfektionierung der Waren und bereiten den Transport vor. Hier darf keine Schraube fehlen. Ohne Teamwork ist eine reibungslose Logistik nicht möglich. Das große Finale. Alle Teile werden beim Aufbau zusammengefügt. Und unserem Kunden kann ein qualitativ einwandfreier Stand mit einem stimmigen Konzept übergeben werden. Unser Motto ist eben, geht nicht, gibt's nicht. Das ist unser Motto schon eh und je gewesen. Also wir machen alles möglich, auch auf der letzten Minute nochmal. Aus Leidenschaft beraten wir seit über 40 Jahren unsere Kunden, planen individuelle und innovative Konzepte und realisieren Messestände. Wir freuen uns auf zahlreiche weitere gemeinsame Jahre und viele spannende Projekte. Denn wir wollen auch in Zukunft unseren Kunden der Partner sein, der ihr Produkt oder ihre Dienstleistung ins rechte Licht rückt. Wir sind M-A-T-Göhr! Wir vom Vertrieb sind ja die, die immer, egal wann der Kunde Anruf da sind, und keine Zeit spielt eine Rolle und jetzt wird's dann Zeit und dann fahr ich jetzt los zum Termin. M.A.C. Die Messeexperten